Was bedeutet das Wort? Massive Open Online Course. Ich weiß nicht genau, weil ich habe neulich mal die Diskussion gehört, dass es im Englischen eigentlich Massively Open Online Course heißen müsste. Ich weiß heute nicht, wie das zur Stunde gekommen ist. Also Massively Open Online Course. Was bedeuten die Wörter? Vorhin haben wir schon mal kurz über gesprochen. Massive, viel. Sebastian Thrun, 160.000. In unserem MOOC haben 6.000 eingeschrieben, muss man sagen. Typischer Effekt bei MOOCs, da schreiben sich ganz viele ein, aber die Frage ist, wie viele machen tatsächlich aktiv mit? 160.000 haben dann nicht mitgemacht. Kann man vielleicht auch gleich ansprechen. Die Leute, die tatsächlich bestehen in so einem Kurs, die Rate ist relativ gering. Sagen wir mal 5%. 160.000 ist 5% on of the year. Ja, muss man ausrechnen. Aber natürlich ist es eine große Teilnehmerschaft oder eine große Zahl eingeschriebene Personen und eine kleinere Zahl, die aktiv sind, aber eine ganz kleine Zahl, die tatsächlich am Ende auch in der Lage ist, eine Prüfung zu nehmen. Okay, messen. Open bedeutet offen, kostenlos, jeder kann mitmachen, egal, keine Vorbedingungen, keine Voraussetzungen. Auch das wird man mittlerweile wieder zurückkommen. Zum Teil. Sebastian Thun beispielsweise hat am Anfang gesagt, ja, alles offen und so weiter. 160.000, super, dass er mitmachen können und Afrika und Asien und alle. Bildung wird in die Welt getragen. Ja, jemand kann in einem indischen Dorf, wie wir vorhin den sogenannten MIT sehen, Harvard und so weiter. Das ist natürlich auch ein Anspruch. Für Ansätze hat sich einerseits gezeigt, wer sind die Teilnehmer an dem Buch. In der Regel amerikanische Akademiker, die sowieso Zugang zu Bildung haben, letztlich. Nichtsdestotrotz ist es super, dass die Möglichkeit besteht, die Offenheit, die weiter ist natürlich eine tolle Sache. Real nehmen im Wesentlichen Akademiker teil oder sind Leute, die selbst studieren und so. Und gerade diese hohe Durchfallquote hat jetzt Sebastian Thun dazu veranlasst, auch ein Add-on zu geben, das kostet. Also 24 Stunden rund um die Urbetreuung durch Tutoren, die man fragen kann. Und wenn man dieses Betreuungsangebot annehmen möchte, dann kostet das. Letztlich hat sich gezeigt, einfach nur Videos zur Verfügung stellen, reicht nicht aus, um Leute tatsächlich dazu zu bringen, Dinge intensiv zu lernen. Sondern, Flip Classroom, ich brauche die Präsenzzeit, darum geht es mir eigentlich. Im MOOC, ich brauche irgendwie eine Form der Betreuung. Das ist natürlich bei Massive schwierig. Ich kann 100.000 Leute nicht mehr weiter zu betreuen. Die Zahl ist auch unerreicht. Also, wir zahlen hinweg gar nicht mehr. Das sind nur von 5.000 Leuten. Das ist auch schon viel. Online, es muss online zugänglich sein, ansonsten kriege ich auch Messerpflicht zusammen. Wir waren auch nicht weltweit und so. Und Cores, war noch entscheidend. Es geht nicht um einzelne Sitzungen. Es geht nicht um Online-Studiengänge, also Online-Master oder sowas. Es geht um einzelne Veranstaltungen. Also sowas wie eine Vorlesung, die über ein Semester geht. Und Kurs bedeutet auch, es ist nicht permanent einfach so online zugänglich. Oftmals ist es das im Nachhineinsarchiv oder so. Aber ein Kurs startet an einem Zeitpunkt und von Woche zu Woche geht die Lerngruppe gemeinsam durch diesen Kurs hinweg. Das ist auch wesentlich bei Online-Kursen. Man würde doch sagen, komm, lass doch später die Dinge einfach online komplett und dann kann jeder jederzeit drauf zugreifen. Die Idee an einem Kurs ist die Folge. Ein gutes Beispiel hat Pierre Dillenburg mal gebracht. Wenn man am Berlin-Marathon, als Berlin-Marathon, kann jederzeit nach Berlin fahren, jederzeit, und den Marathon laufen. Das ist irgendwie langweilig. Wenn ich es aber mache, wenn 20.000 anderen mitlaufen, dann wird die Wände kurs. Dann macht es Spaß. Das ist ein Ereignis. Also ein MOOC hat ein Ereignisgang. Wenn Sie mir vorstellen, nächste Woche geht es los. Oder noch besser, in einem Monat geht es los. Schau dir schon mal an, bereite schon mal vor. Und dann zwei Wochen vorher. Jetzt in zwei Wochen geht es los. Und sattet schon mal das Pferd. Und dann morgen startet ein MOOC und jetzt heute geht es los. Und dann hat man so ein Massenereignis, dass Leute gemeinsam durch diese Kurse durchlaufen und auch zeitgleich über dieselben Themen diskutieren. Beispielsweise im Forum. Okay, das macht ein Kurs nicht so. So, hier Sebastian Thun. Das war der erste Kurs Artificial Intelligence auf Udacity. Udacity ist die Firma, die in diesem Kontext begründet wurde. Die, ja, solche Plattformen sind auf der MOOC bereitgestellt. Es gibt noch andere Anbieter. Coursera ist ein anderer großer Anbieter. AdEx, das sind die drei der großen amerikanischen Anbieter. In Deutschland ist man etwas verzögert, auch dazu gekommen, solche Plattformen anzubieten. Auf der einen Seite das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Großinstitut Informatik. Die haben OpenHPI als Plattform jetzt und bieten dort ihre Vorlesungen online als MOOCs an. Und Iversity als deutscher Anbieter, der jetzt insbesondere bekannt geworden ist durch die Stifterverbandsaktion. Durch den Wettbewerb MOOC Fellowship. Zehn MOOCs werden gefördert. Das war Stifterverband in Verbindung mit der Final Diversity. Und das ist das Thema. So. Ja, also seit einigem Jahr letztlich Thema in Deutschland. Seit der Ausschreibung vom Stifterverband. Und in diesem Jahr hat es das Thema MOOCs eigentlich geschafft zum Hype-Thema zu werden. Mitte 2013. Und mittlerweile geht das Thema wieder nach unten. Im Sinne von, alle merken, wie kritisch das Konzept eigentlich zu sehen ist. Und das ist doch mehr Bedarf, als einfach nur Videos anzubieten. Also kritisch nicht im Sinne von, was im Sinne von, wir müssen sinnvolle Konzepte haben, wie wir MOOCs durchführen. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht, die man auf Iversity findet. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein in die MOOCs, wie so eine Plattform aussieht, was da alles angeboten wird. Und zwar gibt es hier Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik von Malte Persinke. Dann unseren Mathe-MOOC, den zeige ich euch am Schluss. Und The Future of Storytelling.